Musik Hallo YouTube, hier ist euer Sporosebos. Wir spielen Black Ops 2 und zwar Pink Panther sagt und zwar eine Abwandlung im Sinne von Sepp sagt. Mit dabei sind der 2 Rockstar, der 6 Rockstar, der Sonny Mikewise, der 8 Rockstar, der TG Black Soldier, dann der keine Ahnung was um den Namen hier. Ja, der hier, der vor mir steht, wie heißt du? TG Bonebreaker. T, okay, TG Bonebreaker. Dann der Timbo. Yo. Und der Pain Dragon. Hey, yo. Okay, kurze Regeln. Kommando heißt, Sepp sagt. Zum Beispiel, Sepp, zum leid. Zum Beispiel, Sepp sagt, setzt euch hin. Okay, dann gibt es Folgebefehle, wie Sepp sagt, steht auf und springt hoch. Gut. Wenn ich was anderes sage, als Sepp sagt, zum Beispiel, setzt euch hin. Und einer macht das, stirbt er. Wenn ich ein Folgebefehl sage und der zweite Befehl dauert zu lange, wie Sepp sagt, setzt euch hin. Und springt hoch. Und ihr springt dann hoch, stirbt ihr. Hinsetzen müsst ihr euch aber, weil das der erste Befehl war und der war richtig. Zum Beispiel, wenn jetzt hier der 2 Rockstar wäre tot. Ey, ich hier kann. Okay, Leute, dann Sepp sagt, stellt euch alle gerade hin. Sepp sagt, setzt euch hin. Und springt hoch. Nummer 1. Ähm, Sepp sagt, legt euch hin und folgt mir. Boah, ich bin blockiert. Ja, dann mach mal hin. Ich sehe mal wieder ein Arsch im Gesicht. Wackeln mit dem R. Wackeln mit dem R. Ich denke, wer kriegt mir gerade den Arsch rein. Rennt mal her. Go, Baby. Sepp sagt, rennt mal her. Sepp sagt, folgt mir. So, Sepp sagt, stellt euch alle oben in eins der beiden Fenster rein. Sind alle am Fenster? Ja. Gut. Sepp sagt, wartet dort. Alter. Sepp sagt, kommt her. Der Letzte stirbt. Sepp sagt, kommt her. Hallo, Leute. Sepp sagt, kommt her. Der Letzte stirbt. Nein, wir müssen auch hoch, hoch. Nein, nein. Ja, Max, komm runter. Du warst der Letzte. Boah, ich wurde weggedeankt. Tschüss, ihr Bastarde. Ja, ja. Sepp sagt, folgt mir. Du Gammler. Und hinlegen. Sepp sagt, folgt mir. Sepp sagt, springt hoch. Hinlegen. Ähm, ja, okay, hab ich nicht gesehen. Sepp sagt, folgt mir. Gut. Ähm. Sepp sagt, blockiert mich mal nicht. Gut. Sepp sagt, legt euch alle hin. Sepp sagt, springt. Sepp sagt, hinlegen. Sepp sagt, springt. Hinlegen. Ach, kaputt. Das ist so dumm. Arschloch. Sepp sagt, folgt mir. Ja, der, der rechts hat sich auch hingelegt, Mann. Ich hab's von dir gesehen. Warum hast du ihn nicht getötet? Ich hab's nicht gesehen. Die ganze Klan ist schon down. Sepp sagt, stellt euch hin. Merkt euch die weißen Zahlen. Sepp sagt, kommt her, der letzte stirbt. Oh, scheiße, ich hab aus dem Sinn eine Granate gezogen. Ja, dann. Drück Y. Ne, äh, er ist tot. Ey. Alter. Sepp sagt, welch, Sepp sagt, wartet hier und haltet euch wie ne Frage bereit. Ich bin ich letzter gewesen. Gut. Ähm, Sepp sagt, was stand bei Diesel? 50. 50. Gut. Ähm, Timbo. 50. Was stand bei An 87, Timbo? Was bei? Bei An 87. Was stand da? Ey, sag das über Diesel oder so, weil wir haben uns nur die Weisheit angemerkt. Ähm, was steht ein über Diesel? Achso, ich oder wer? Ja, du. Äh, 45. Okay, ähm, Sunny Mikewise, was steht... Puh, geschafft. ...zwei über Diesel? 50. Okay. Ähm, ey, Doxstar, was steht drei über Diesel? 57. Okay. Was ist das für ne blaue Zahl gewesen? Bei 57. Eine 90. Du brauchst mir das gar nicht zu sagen. Ihr solltet... Brauchst mir gar nicht zu sagen, ihr solltet euch ja nur die weißen Zahlen merken. Gut. Sepp sagt, stellt euch in eine Reihe. So nebeneinander. Habt ihr alle noch eine, äh, Sekundärgranate? Ja. Oh. Gut. Dann sagt jetzt Sepp, einen Namen, ihr werft, ihr werft die Granate, wer nicht weit genug wirft, stirbt. Okay. Timbo. Okay. Ähm, Two Rockstar. Oh, das war nicht sehr weit, ne? Ähm, Eight Rockstar. Ja, bisschen, bisschen weiter als der Two Rockstar. Sunny Mike was. Ne, ja, dann tut's mir leider, äh, Leid, Eight Rockstar. Wie sie immer nicht der... Sepp sagt, folgt mir. Sepp sagt, hinlegen und springt. Was? Hinlegen und springen. Sepp sagt, hinlegen und springen. Hab ich doch schon. Ich hab's doch schon gemacht. Ich hab's doch schon gemacht. Ich hab's doch nochmal... Ich hab's ja nochmal gesagt. Boah. Sepp sagt, folgt mir. Sepp sagt, hinlegen. Sepp sagt, hoch springen. Sepp sagt, hinlegen und hoch springen und hocken. Ja, Leute, dann ist der Timbo der Gewinner. Ich danke ihm mal eben. Hier, du kriegst so einen Handschlag dafür. YouTube, das... Also YouTube, das war's jetzt hier. Okay, YouTube, das war's jetzt hier für heute. Das war Sepp sagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Guck mal, wie schwul. Großen Dank an euch alle und das war's für mich.